Okay, ich stelle jetzt die ultimative Frage. Nutella? Der, die, das? Das. Sehr gut. Ihr seid alle in meinem Team. Perfekt. Das oder die Nutella? Sag jetzt nichts Falsches. Die. Oh Gott. Das, das, das. Sehr gut. Ja, gerade so. Ihr fragt euch, warum ich auf einem Raptor durch den Sumpf reite und über Nutella rede? Ich kann das auch nicht wirklich erklären. Also das mit dem Raptor schon. Ich wollte nämlich eigentlich Heilschweine holen. Aber ich habe den Raptor abgeschossen und als er schon mal lag, dachte ich mir, ach komm, nimmst du mit. Jetzt fahre mich hier noch ein bisschen und dann geht es ab zur Base, denn wir raiden heute die Karno Cave an Day One. Und by the way, das letzte Video hat so viele Likes gemacht, wie kaum ein Video jemals von mir zuvor. Und das nur, weil ich gesagt habe, jeder, der mich doof findet, soll liken. Wisst ihr was? Ich finde euch auch alle doof. Jetzt habe ich es euch mal so richtig gegeben. Jetzt fühle ich mich besser und jetzt können wir Raid gehen. Leute, guckt euch mal diese Schweineform an. Das ist einfach zu wild. Heftig. Weiß mal gar nicht, nach wem es kommen soll. Die sind beide wunderschön. So, hallihallo, da ist es 3.30 Uhr in der ersten Nacht. Und wir haben jetzt entdeckt, dass hier in der... Hi. Das hier, ähm... auf Island in der Karno Cave irgendwie Tourist stehen. Wir wissen mal nicht, ob dort eine Base ist oder ob dort nur Tourist sind, ja. Ähm, Danny, willst du dir mal Plat-Packs rausnehmen? Ich habe Langeweile gehabt. Oh, ja klar. Warum nicht? Ja. Willst du das machen, oder soll ich? Ich bin jetzt nicht unbedingt überscharf drauf. Hey, willst du mich? Hm. Ich bin so müde, weißt du? Ich habe Angst, dass ich fahrig bin und irgendeine Scheiße mache, weißt du? Gut, ich try. Ich schmeiße einfach alles hier in den Desmo rein. Mhm. Also wenn du rippen solltest und der Stehrohr noch da ist, würde ich halt hinterher springen auch noch eine Rocket rausschießen, ne? Logischerweise. Also ich halte mich auch mit einer... Du hast doch zwei Rocket Launch, oder? Ja. Rocket. R-O-C-K. Rocket. Okay. Die Desmo lasse ich jetzt mit dem einen Staff hier draußen stehen. Obwohl nicht, du die noch in die Cave rein. Dann kommen nämlich keine Tiere. Ja, so bis zum Wasser war ich vorhin schon. Da ist nichts Böses. Und dann, ja. Okay. So ein bisschen Wasser kannst du. Also dann sagst du, ich soll einfach droppen und dann... Oder erst ins Wasser reingehen und gucken. Pfff, ich muss nicht so weit schwimmen. Ich guck mal. Das zieht halt echt gefühlt gar nichts. Ich guck mal. Ah doch, da sind die Turrets, ja. Okay, ich seh's. Jetzt hier rechts um die Ecke, oder? Mhm. Ja, ja. Also bis hierher kannst du easy shoot in hier, wo ich bin, an dem Kristall rausdroppen. Jut, noch kurz Luft holen. Mhm. Dann steh' wir noch mal schnell hier drüber. Ist doch schön, wie man immer so runtersinkt, ne? Mhm. Okay. Na dann. So, jetzt sind wir hier. Genau, jetzt hier. Mhm. Genau, jetzt rechts hoch. Beeil dich, da hast du mich nicht auf die Sauerstoff. Der ist relativ langsam. Ah ja. Kommst du da raus? Ich stehe mal mit. Na. Nicht so Bock irgendwie. Na, du hängst da. Du hättest von der Seite hier, du wirst schräg gekommen, von links. Ah, nee, du hängst da. Ja, ich bin komplett stuck irgendwie gerade. Naja, du bist dann auf die falsche Seite gekommen. Kriegst du den eingekryoot? Naja, ich bin gleich am sterben, war da ganz klar. Ja, der stirbt aber halt auch, ne? Du bist schon auch nicht mehr Oxy als du. Probier den schnell einzukryoen. Hast du noch einen dabei? Hast du zwei, ne? Oh, das sieht gut aus. Na, jetzt ganz rechts rum. Guck, jetzt versucht er. Du bist zu weit links. Ja, ich, er geht halt nicht, er lässt sich halt wirklich nicht dorthin lenken, ne? Jetzt bin ich wieder komplett stuck. So, jetzt hier. Hier will ich hoch. Na, kommt hier nicht durch. Doch, jetzt kommt er durch. Sehr gut, haben wir geschafft. Boah, ich bin auch trunken. Ich hab gedacht, ich geh jetzt einfach senkrecht hier hoch. Ich bin auch fast ertrunken. Ja, ja. Bist du oben? Ich komm hier nicht raus. Ich komm knapp. Ne, aber war gut. Gut gemacht. Ist da irgendwas, oder ist das einfach nur? Sieht leer aus. Er war nur geclaimed. Warte, da unten ist... Sind doch irgendwo Bullets eigentlich? Die haben doch geschossen. Warte, da unten ist irgendwas. Echt? Ich weiß auch nicht. Keine Ahnung. Ich sehe auch keine Bullets mehr. Vielleicht hab ich gerade genau jetzt alles leer gesorgt. Kann ziemlich sein. Mal gucken. So im Tag-Gen waren es zehn Elam. Hab ich jetzt. Aber jetzt hab ich alle Rockets verschossen. So, ob du jetzt genau alle Bullets bis aufs kleinste gesorgt hast. Sind nicht immer eins. Anscheinend. Sehr. Super komisch. Fünf Heavys waren es. Ist da unten was? Ne. So nicht so aus. Das ist nur das Artefakt, oder? Ah, doch. Da unten. Ist der nochmal ein Turret? Ne. 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 Ob der echt ne Base ist. Er hat doch nen Player. Oh mein Gott, wie cool. Zieh ihn aus. Ich schwerte ihn. Nein, er hat gar nichts bei. Achtung, ich schwerte ihn. Ich will nicht dich treffen. Ja. Mach. Maving? Ne. Treff ich den überhaupt? Ne, ne. Ja, aber du hittest das Bett, glaube ich, oder? Ja, du kannst ja nicht hitteln, du musst jetzt das Bett kaputt machen. Oh, wie viel Leben hat das? Ich kann nur ne Rocket schießen. Ja, ich schieße mal ne Rocket. Obwohl, ne, ich schieße lieber ne Rocket hier hin. Ja, ja, ich schieße die Rocket da hin. Aber vielleicht geht's mit kaputt, weißt du? Ja. Ich bin gleich in der Mensch. Ja, sehr gut. Ja, geklappt. Also, der hat ne Flag und halt den Maving. Der Maving ist jetzt nicht so bad. Ein anderes OP, 30 Stump, weiß ich nicht. Startdruck hier halt, ne? Oh, er hat nen Chibi. Oh, das ist gut. Und für Exo, die nehmen wir auch komplett mit. Also, Leute, es hat sich doch gelohnt. Schon. Also, für die sechs Turrets. Ja, ich wollte gerade sagen, das war jetzt kein großer Aufwand. Eben. Scheit, dass wir keine Rocket mehr haben. Hier ist bestimmt noch Metal drin. Ich habe mich jetzt mal komplett vollgeladen. Und, ähm, Booster hoch. Okay, das Flak, Husky-Peace, doppelt gut. Das, was wir schon hatten. Jetzt mal gucken, hast du Eingang? Meine Handschuhe haben ja. Gerade alles einfach. Wie bitte? Ich kann jetzt hier durchkommen. Du kannst ja immer nur sau schnell rennen. Bist du ohne Textschutz runter? Hm. Nee, nee, aber die Onyxer, die wollen mich jetzt abschlabbern hier. Was wollen die? Einschlabbern. Ah, die schlabbern. Ich glaube, du hast ein ganz falsches Bild aus, die mit dir, was die von dir wollen, um ehrlich zu sein. Oh, meine Karbo, sage ich schon, ist übel voll. Warte, ich kann ein bisschen Stuff wieder nehmen. Nee, nee, ist gut. Passt. Ja? Ja, ja. Also, es kann auch fliegen. Was ich halt nicht verstehe, ist, er hat das ganze Rohmettel, obwohl er Fortress hat. Das raffe ich nicht. Aber deswegen nicht, dass da die Fortress halt wirklich komplett voll war, ne? Ja, ja, ja. Äh, ja. Ist die nah genug? Und da ist die dummste näher. Huch! Ja, okay, jetzt sehr gut. Ja. Jetzt geht's für dich zum Drop. Jetzt warten wir, bis der unten ist und dann gehen wir nochmal. Aber schön, es freut mich, dass da was drin war. Muss ich echt sagen. Jetzt kommt irgendjemand und holt mich ab, während ich mich nicht bewege. Dann punch ich ihn. Ich muss mich aber wegrabbeln. Ah, nee, geht aber gar nicht. Nee, geht nicht. Oh, ich kann's nicht grabbeln. Kommt der jetzt denn mal? Meine Fresse, wie langsam ist denn dieser Drop? Und jetzt ist da so gut das Stuff drin, dass wir den nicht nehmen können. Ja, du, mal da einen Fiber rein. Okay. Nach Aberration. Gein. Ja, mach's lieber mit Rocket. Ich hab's C4 jetzt schon gemacht. Ich lass mich kurz wo hinboxen. Ich würd's lieber mit C4 machen. Ich find's schöner. Wo bestehst du denn du? Ach da. Ich boxe dich, äh... Das Problem ist bei C4 und, äh, Indie Forges, dass sie manchmal nicht blowen. Ich will das an die Foundation machen. Mit Cave Damage. Okay. Ich will nur noch in die Indie Forges reingucken. Nicht, dass die Slot Camp mit Metal sind. Also, dann würdest du's eh nicht wegkriegen. Aber... Wer weiß? Manchmal weiß man's ja nicht, ne? Na. Nicht, dass wir die stehen lassen und da ist dann übel viel drin. Oder Charcoal, was weiß ich. Kann man alles gut gebrauchen. Deswegen einmal durch. Yeeten. Ich hätt die Base gar nicht gesehen, ne? Ich hätt gedacht, das ist leer, Danny. Ja, warum bist du versteckt dahin? Ja, ganz komischer Platz. Okay, 1, C4. Ist alles hochgeflogen. Jetzt kommt die Qual der Wahl. Der Tag aller Tage. Der Tag aller Tage. In dem Wreckage seh ich halt gar nichts. So ein Indie Forges zerfällt. Das sind einfach 8 Milliarden Teile. Nö. Okay. Also war gar nichts drin. Null. Traurig. Mhm. Nicht überraschend, aber... Trotzdem traurig. Und wenn ihr nicht wollt, dass ich weiterhin traurig bin, dann lasst auf jeden Fall den Daumen nach oben da. Und das Abo natürlich, falls ihr das eh nicht schon gemacht habt, nach über 333 Videos, die ich veröffentlicht habe auf diesem Kanal. Ja. Nichts mehr mit Newcomer. Ich bin hier Workaholic mittlerweile. Ist echt so. Ich lebe für YouTube. Ich lebe für ARK. Aber ich glaube, das wisst ihr eh. Naja. Beim nächsten Video seht ihr, wie es weitergeht. Bis dahin. Ciao, ciao.